Hi, hier ist Champions, also hier ist Wuppertal, das ist schon leid, und nur ein ganz kleiner Tipp bei Facebook, Champions TV, wie ihr hier sehen, da gibt es auch viele News über Wuppertal LV, aber auch Fußball-News, Sport-News aus aller Welt und absolut zu empfehlen, einfach mal die Seite liken und durchschauen und ja, viel Spaß dabei, hoffentlich gefällt euch diese Seite, ja, und dann, tschüss.